hallo und herzlich willkommen zurück zu dem hunting simulator liebe freunde wir hatten in der letzten folge die zwei feldhasen jetzt müssen wir den dammhirsch als beute beanspruchen das ganze machen wir auch welche uhrzeit da achtet auch immer nicht drauf zwei bis neun uhr ist nachts und stammersichtgerät mitnehmen unterricht darauf geachtet hat vorne und da ich darauf wer achtet er weg wieder rausgehen können aber gut da ist das krimi nur noch hin und der passer so wird man gesparen so wird es da richtung osten Da laufen wir kurz mal lang. So... Was läuft da jetzt? Da ist schon ein Damm durch. Ah, das sind Damm durch, ne? Der ist sicher durch. Noch nischt da. Ohne Nachtsichtgerät, habt ihr gerade gesehen, sieht man echt gar nix. Das ist echt schwer, ein Glück habe ich da vorher nochmal nachgeguckt. Na gut, was heißt ein Glück, wir hätten da einfach wieder ausgemacht und wieder neu rennen, das ist dann auch kein Problem. Das ist erst jetzt ein Glück. Da sitzt der Dammösch. Der kriegt jetzt eine vom Cover. Gut. So, da haben wir es schon. Merkfallschaden gibt es zum Glück keinen. Zack. Und wir haben den Dammösch, Freunde. Und damit gucke ich nochmal, ob wir irgendwas freischalten. Rotösch-Urin-Spray haben wir jetzt. Ich würde sagen, wir hören uns denn in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, haute rein, Freunde. Tschö.